Het Kind der Belofte 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 Amen, zuster! Pa, je laat me zo schrikken. Je bent zo in de stemming. Ja, ik ben vroeg opgestaan, papa. U weet, vandaag heb ik tentamen op school. Daar ben ik vroeg opgestaan. Ik ben in gebed gegaan. Ja, inderdaad. En ik heb gestudeerd vanaf vier uur. Dus je hebt je goed voorbereid? Natuurlijk, want je kan niet alleen bidden. En dat studeer je niet. Want God gaat echt dat antwoord niet in je hoofd zetten. Dat kan ook aankomen. Je gaat alleen naar je kijken. Maar ik heb wel gestudeerd. Misschien dat niet zo ga ik kregen. Oké. Maar weet je, ik voel me zo trots. Wanneer jij zo zit te love en prijzen. Ik ben zo trots. Dat ik als alleenstaande vader jou groot heb gebracht. Ja, natuurlijk met de kracht van de heren daarboven. Je hebt me tot nu toe nog nooit teleurgesteld. Oh, nooit. Alles wat ik wil. Ik doe mijn best hoor, papa. Goed zo. En daarom ben ik echt trots op je. Ik ga zo naar de markt. Nu al? Ja. Zullen we de dag tekst even doornemen? De? Dag tekst. Oké. Ja, ik was het. Het is toch geen lange tekst? Nee, 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 nee. Eh, luister je mee? Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig. Wie met slechte mensen omgaat, vergat het slecht. Spreuk in 13 vers 20. Oh, is toch niet zo lang? Nee, Sarah. Pa. Je bent nu in een fase waar je bijna volwassen gaat worden. Mhm. Je bent nu in een fase waar je gaat experimenteren met vrienden, noem maar op. Maar ik zeg en ga het altijd blijven zeggen, kies je vrienden. Weet met wie je omgaat. Ga niet optrekken met hangjongeren, met criminelen. Oh, ik doe het niet. Zo heb ik je niet opgevoed, Sarah. Ja, ik weet het, pa. Ik doe het echt niet, hoor. Dus weet met wie je omgaat. Oké? Is goed, toch? Zullen we dan in gebed gaan? Ik had al gebedd vanmorgen. Ja, maar de dagelijkse routine, toch? Oh, oké. Ja. Vader in de hemel. Oh, vader in de hemel. Wij komen tot uw vader. Oh, wij komen tot uw vader. Wij bedanken u voor de goede nachtrust, vader. Wij bedanken u voor alles. En wij leggen deze dag in uw hand, vader. Vader, ook vragen wij, vader. Genees alle zieke mensen, vader. Genees alle zieke mensen, vader. Laten ze gauw weer de ouder worden. Geef hun kracht, vader. Geef hun kracht, vader. Vader, verder neem ik ook in mijn gebed, vader. De vrouwen die voor hun mannen uitlopen, vader. Geef hun wijsheid, vader. Want zij zijn de grootste zonders op deze aarde, vader. In Jezus' naam. Amen. Ah. Maar als u bidt, moet u niet met uitbraak bidden en zo. Nee, nee. Hoe bedoel je? Het lijkt alsof u boos bent op God of zo. Nee. Maar wat vanaf mama u heeft gelaten, heeft u niet losgelaten, hè? Nee. Dat doet u nog pijn. Nee, 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 nee. Kijk. Ik gun mama. Ik heb het een plekje gegeven. Dat ik het je nu vertellen, zodat je het voortaan weet. Kijk. God heeft de man als eerst geschapen. Wat prima is. Perfect. Daarna heeft God de vrouw geschapen. Op zich helemaal geen probleem. Maar het is de duivel die in elke vrouw zit. Elke vrouw heeft een duivel in zich. En dat probeer ik te verbreken in de naam van de vader. Amen. Dan weet je het nu. Ja? Ja, pa. Je gaat nu naar de markt. Voorzichtig, pa. Succes met je tentaam. Dank je. Ik ga u appen als ik klaar ben. In orde. Dat maal aan de duivel toe. GELACH Is niet makkelijk hoor. Om een vader te hebben. En hij is een voorganger van de kerk. Weet je, ik doe m'n best. Ik ben ook mens. Maar ik ben nog jong eigenlijk. Maar ja, het gaat niet met liefde. Ik heb de heren ook aangenomen in m'n leven. Maar soms kan ik niet tozer elke dag bidden. Ik vergeet. M'n vriendin zou samen met me naar school gaan. Tot nu toe is ze er nog niet. Ik ga er even bellen. Maar... Ze neemt bijna nooit op. Ze heeft me gearchiveerd hoor, denk ik. Kom me bellen via Facebook. Ad on. Ad on. Ad on. GELACH 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 Hoi! Maggie! Sarah! Kom je nog een soort toch samen naar school? Boy is je vader al weg. Net net. Meesje, die sap hoe lang aan mij wacht, die jatapa ook koop. Kom snel. Oh, ik kan komen. Je bent voor in bij Jendu? Ja. Oké, dan kom nog. Ja, ik kom maar. Verziet me brood niet nog. Brood? Ja. Ik heb olie sardine vandaag. Oh ja, is goed. Moet je ook thee met melk? Ja, thee met melk. Oké, dan wacht ik op je hoor. Is goed. Ja, ik heb ook geleerd om mensen te helpen. Abtien is je nooit nanyang. Mijn moeder. Hm. Mijn brood zelf heeft ze niet. GELACH Oei Sarah, ze was vlak hier. Ja boy, vlak hier op de hoek. Oei, wat deed je de hele ochtend? Ik heb gestudeerd. Oei, heb gestudeerd? Je? Meisje. Probleem. Hoezo? Neem ik spiekblaadje. Mijn deur voor. Ja boy. Je hebt een mooie bank. Is nieuw. Is nieuw. Is een MN international dit. Ik ga mijn vader ook vragen om zoiets te kopen. Oh, ze hebben verschillende modellen en kleuren ook. Je hebt ook die grote hoe het gaat doen. Maar ik ben alleen met mijn vader, dus hij heeft deze genoemd. Oh ja, precies voor jullie twee. Meisje, maar het is geen lockdown meer toch? Oh wat hoor, ik heb ook gezien boy, als je die orgasch zag van afgelopen weekend. Boy, het was echt druk hoor. Ik wilde gaan, maar ik weet niet hoe. We moeten gaan hoor volgende week. Komend weekend? Ja toch. Dan moet ik bij jou slapen. Ja, je kan gewoon bij mij slapen boy. Dan wat ga ik mijn vader zeggen? Zeg je vader, we gaan samen studeren bij mij. Dat is een optie, maar ik heb alleen maar lange kleren. Maak je niet druk, draag van mij. Oh Aai, daar zeg je wat. Maar weet je, voor COVID gingen we echt vaker uit boy. Ik mis die tijd, twee jaar al zijn we in huis geblieven. Je kent die tijd toch nog voor COVID gingen we echt dansen zo. Ik ben 18 plus. Ik ben 18 plus. Ik ben 18 plus. Laat me je kwasten. Kwasten. Laat me je kwasten. 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 En weet je, tijdens COVID is een poco gekomen hè. Een bekende. Ik ga draaien. Ik ga draaien. Ik ga draaien. Oh, mijn vader, krasik maar. Dit is al een lokal. Suriname d'okjeel. Samtaki. Bra. 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 W MARK, Sen me za kappuzi da mi mamveca. Dat me me begat. Zelait on pbra. Dat me begat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kantine. Ja, wacht bei Kantine. Ga erst. Als ich nicht komme, ja, weiß ich nicht. Ja. Ich werde mich richtig. Sarah Amalia Gatinum. Sinds wann er worden er wereldse Liedern in mein Haus gespielt? Vertel. We waren aan het oefenen. Even, 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 stop, 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 stop. Sinds wann er heb je een tweede tatouage, Sarah? Sarah, oh my god. Jesus. Sinds wann er? Is al twee weken zo. Twee weken. Is nog niet droog except witte vaseline. Daar ben je nog trotser op. Wat heb je gezet? Is mijn horoscoop een leeuw? Gelukkig is je horoscoop geen hond. Zal je een hond plaatsen? Sarah, je weet dat ik er al moeite had met de eerste. Dan durf je nog met een tweede te komen. Sarah, zorg ervoor dat ik het nooit meer zie. Maar het kan niet meer weg. Ik weet niet wat je gaat doen, maar ik wil het nooit meer zien. Is dat begrepen? En om terug te komen, Sarah. Sinds wann er worden er wereldse liederen in mijn huis afgespeeld? We waren aan het oefenen. Is voor gemma. Op zulke liederen? Ah, school. Oké, oké. Oefenen voor de school? Geen probleem. Maar niet in mijn huis. Dan ga je liever naar Wakapassi. Dan kan je dansen, heerde. Dan kan je koprollen daar. Heerde, als jullie willen, mogen jullie gelijk gaan zwemmen. GELACH Is dat begrepen? Tot op de hoek. Tot op de hoek heb ik die die poko gehoord, Sarah. Zo maar overdreven is een gewone radioboy. Dat denk jij. En trouwens, Sarah. Die vriendin fire. Ik vind het niet echt zo leuk hoe jullie samen optrekken, hoor. Waarom? Ik mag dat niet. Ik zeg het je weer. Kies je vrienden. Is dat begrepen? Ja, pa. En dit, he. Dit, Sarah. Dit is Gods werk. Gods werk. Ik ben mijn bijbel thuis vergeten. Als ik het niet thuis was vergeten, wist ik nooit wat er hier gaande was. He? Kies je vrienden. Ik zeg het nogmaals. Oh my god. Jezus. Ik heb dat naar school zoals mij laat dit naar mijn camera. Weet Chris, maat ik weet niet. Nein! Was Called ich aus dem Rosse! Ich bin, ich bin... Ich habe das Feedback die Aus predictions, ich habe einen Ballon bekommen. Ich habe einen Ballon bekommen. Ich habe einen Ballon�ne gemacht, was ich finde, was ich das mal gewollt. Ich habe eine telle Sache. Ich werde mich überbrechen, aber was ich? Ich habe das Sprach hinein. Ich habe die Sprache hier crazy. Ich bin, Sie sind hier eckt. Eher ist startig. Ich habe eine Serie für eine Scary Movie. Ich habe eine Serie. Ich habe ihn verliebt. Aber die ist nicht. Wir sind den Linken. Wir sind den Linken. Wir sind den Linken. Wir sind die Zurber conduce, oder? Oder? Aber ich weiß nicht! Meine Begriff, meine Begriff. Ich megelebi, aber auch nicht. Ich konnte mich nicht mehr. Ich habe nicht mehr Gott. Ich habe nicht mehr Gott. Ich habe ihn nicht mehr. Aber ich war es doch. Ich war ein Versuchzer不足. Aber ich war es doch nicht. Ich war es doch noch nicht. Aber ich war es noch nicht mehr. Ich war ein Universität. Ich bin ja doch schon. Ich weiß nicht mehr, aber man wusste mich nicht. Ja, genau. Ich bin auf der einen eigentlichen Vorfahren. Ich bin auf dem Mann. Wir haben alle Unterstands vor, auf der faire. Jep, ich habe hier eine Unterstands vor, hier ist das. Jetzt ist es... Ja, aber jetzt geht es auf. Ja, ich sah auf der anderen Seite. Ich war auch so. Gott! Não duro, du ren 정부. Ich habe mich nicht das. Hś into die Hand. Nein, ich hab mich nicht in diese Hand. No, das war esych. Wer ist das? Hm? Du hast mich auch nicht in diese Hand. Versteh mich, ich habe einen Schrauben. Du hast mein Schrauben! Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft! Das ist ja so klar. Ich bin nicht so lange, dass ich mich nicht zu hören hab. Sie sagen, das ist das Englisch. Ich warte, ich gehe dir. Ich warte. Ich warte, was ich nie zu hören? Ich warte, ich warte mal, aber ich habe mich nicht gesagt, ich warte, dass ich mich nicht zu hören werde, was ich das? Das auch du? Ich habe dich nicht zu hören. Ich sag, ich habe es nicht zu hören. Ich sage, ich sage, ich sage es, Ihr denkt wel lang na, Orji. Neen, hayan? Oh, hier Standard & Gluten Sundays. Je vous en Ke 가벼ве. F возмâu más casi, blood. Le冷. 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 Le冷? Le冷. Sie haben sich immer nur mann. Möbel! Sie müssen uns nicht glauben. Möbel! Möbel, Möbel, Möbel! Sie ist wie es immer Laullöse. Wissen wir! Ihr wisst auch nicht, immer die Leute zu kommen. Ihr wisst nicht? Ich meine ich! Sie sind das sehr am Lied! Sie sagen nicht viel! Diepe gründer Ich hoffe, dass ich ein Twi kriege habe. Ich hoffe. Ja. Ich habe schon ein bisschen mit meinem Vater gesprochen. Er hat noch keine Stimmung gegeben. Ich weiß, dass ich es will. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich denke daran. Blah, 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 blah. Das ist ein bisschen. Wacka. Das wird echt wacka sein. Ich folge dich schon ein Zeit. Ich habe eine andere Make-up-Lean benutzt. Welche benutzt du? Golden Root-Buffe bei Doyo-Buffe. Ja? Du musst du dir auf einen Rasper-Lean setzen. Du musst du dir auch ein Filial haben. Die Mann lebt doch auf Curaçao. Ja, da. Oh, nee. Dann geh ich da koepen. Laten wir noch chillen mit den Jungen. Meine Begge. Warum? Meine Begge ist mir. Das ist eine Skuraboy. Meine Begge ist mir ein Skuraboy. Warum? Das ist mir ein Skuraboy. 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 Und meine Sleutende Raptor. Magie? Ja? Du musst nicht einen Raptor sitzen. Warum? Das ist mir ein Skuraboy. Das ist mir ein Skuraboy. Ja? Das ist mir jetzt eine Skuraboy. Das ist mir so was. Ich habe dich geappt, aber du hast nur einen Vink. Ich habe keine Internet. Nein, boi. Aber du hast es ja. Ich habe dich geappt. Wir haben doch ein Gruppes-Abdrag. Warum? Von der Musik. Ich bin kein Stern in den Theorie und so. Ich kann nicht so gut anthouden. Dann kann man doch ein Praktische cifern nicht aufhalten. Ich habe keine Probleme genommen. Die docent wird uns beordet aufgrund unserer Präsentation. Wir müssen uns singen und dann können. Es ist ein Musikboy. Ich kann nicht singen. Ich kann nicht lernen. Ich kann nicht lernen. Ich kann nicht singen. Ich habe es auf Internet geöffnet. Ich habe es durch die App geöffnet. Es ist ein Surinaam. Kijk hier. Kijk hier. Du bist die Rapper. Kwasi. Ja, ich bin Kwasi. Jij bin die andere. Die... Die... Die Kompot? Nee. Surinaamse Arteist. Das ist der Veloge. Da bin ich die Dame. Sie ist sehr lang. Mowgli. Es ist kein Mowgli. Das ist nicht schaboy. Kijk hier. Die Lyrics. Kijk hier. Lees es eben. Check die Lyrics. Maak es eben tot je eigen. Savito. Bim Singer gewohnt. Juhli 7. Sing it ding 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 ding. Sing it ding 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 ding. Sing it ding 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 ding. Sing it ding ding. Ohohohohohohohohohh. Nee boy. Es ist nicht so sour. ZuutDAH. Kijk hier. Ja, play, 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 play. Das musst du mitnehmen. Ich versuche es. Aber du bist der erste, du musst du mitnehmen. Oh, mir? Ja, da. Ich play, 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 play. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Du bist der erste, du bist der erste. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ro, je bent toch geen Bardo? Maar, I like his energy. It's good. At 12 o'clock, he? Hey. Are you ready? Well, you see that you can. You can it, but we're going to do it better. We're going to do it again. English, English, English. All in Suriname. We're going to do it again. We're going to do it again in Africa. I don't know yet. Let me check my program. We're going to do it again. Okay. What? It's fun to do it. It's hard. What are you doing? I'm going to do it again. I'm going to do it again. I'm going to go back and wash my hands. Oh? I don't know. No, I eat it. I eat it too hard. It's too hard. I don't know. Chris, you know the next? No, no. I don't have to score. I don't know. That's it. I don't know. I'm going to go back and get it. I don't know. I don't know. Okay. Chris! Chris! Don't forget to speak. Bruce Kater, Kibota. Oh? Jullie doen aan Landbouw. Landbouw. Ja, so iets. Oh nee, ik vraag het alleen. Is een bijbaantje ofzo? Ja, ja. Is een bijbaantje. Is niet slecht. Als jullie aan Landbouw doen, kan ik misschien ook helpen. Dan kan ik spuiten enzo. Spuiten? Okay. Maar goed. Ro is al weg. Wat zijn jouw plannen dan? Ik heb eigenlijk niks bijzonders om te doen. Dus ergens heb ik ook honger. Maar ik weet niet. Ik wilde niet gaan waar Ro gaat. Heb jij misschien niet iets? Of lust jij niet iets? Eigenlijk wel. Weet je wat ik lust? Dus ik heb het nog gezien vandaag op Facebook. Why? Plus dingen. Heet het? Seafood boil. Met gekookte eieren enzo. En je weet ik hou van vloggen en TikTok maken. Dan wil ik een hele bak zo hebben. Aha. Dan ga ik mukbangen. Als die dame van YouTube zou mukbang. Dan pak je die mosselen zo. Dan ga je... Dat is lekker boy. Ik zie. En jij, je lust niks? Ja, wat ik lust. Eenmaal je in de richting gaat van seafood boil denk ik aan een sushi. Ja. Sushi zou lekker zijn voor mij. Waarom wanneer je zegt sushi dan kijk je naar mij? Je weet niet nou, als je m'n sushi eet. Je moet het met wasabi eten. Kan. Kan. Maar oké. Eenmaal je in die richting gaat nu. Sarah. Ik zie hoe je naar me kijkt in de klas hè. Oh je hebt me opgemerkt. Ja tuurlijk. Het lijkt alsof je me gewoon uitkleed met je ogen vaak hè. Dus ik ga je eerlijk zeggen hoor Chris. Aha. Ik hou van mix mix jongens. Aha. Nee ik ben eerlijk met je. I try to be honest. Oké. Wanneer je alleen als je naar me kijkt to. Dat jij ik me pun niet wat. Wat is er? Nix, 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 nix. Tenminste ben ik eerlijk. Kijk, kijk, kijk. Het is oké als je eerlijk ben je weet toch? Tenminste vertel je me dat. Ik durf niet te appen weet je. Meisjes appen jongens niet eerst wanneer ze een jongens leuk vinden. Allee. Huh? Jongens appen maar ik vond je allang leuk. Vooral die ene dag ik zat in de klas en zo weet je. Dan ben ik met opzet naar het toilet gegaan. Ik dacht je zou achter me lopen hè. Ik was bijna twintig minuten daar in het toilet. Serieus? Ik hoorde wel voetstappen hoor. Maar toen ik keek dan was het diewachter. Hei boy. Maar ja, kijk. Dat is al voorbij. Dus nu wat ik jou wil vragen. Heb je zin dan? Wil je gaan doen? Je wil doen? Ja? Je moet niet zo naar me kijken. Als je zo kijkt dan prikkelt het. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Heb je zin? Dan kunnen we naar daar gaan. Ik wil wel maar je moet niet ruw doen. Ik zie je ruw uit hè. Een beetje. Dat ga ik bloeden en zo. Maar heb je condoen gebracht en zo? Condoen? Huh? Sarah. Sushi eat your roe hè. Oh ho, ik schaam me zo. Nooit even van jou gezegd dat hij mijn pony gaat eten. Sorry. Heb je een plaats? Ik heb wel een plaats ja. Waar wil jij gaan? Heb jij misschien iets in mijn? Ik weet niet. Laat je fantasie spreken. Maar je moet niemand zeggen hoor. Het moet tussen ons blijven. Ik wil naar een kamer gaan. Dan heb je soms dat bed. Het gaat zoeken. Dan kan ik mijn lichaam beven. Ik weet wat zeg ik allemaal. God vergeet me. Oh God. Sorry, sorry. Ik ga mijn... Nee, ik moet niet aanraken. Ah. Laat ik me beheersen. We gaan nu komen gaan. Het blijft dus anders. We gaan eerst een seafood boil halen. Is goed. En als we daar zijn, kunnen we lekker moek bengen. ja... Ja. 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 cope-je. Wat jij echt zeen? Ik ga mijn a Ich habe die Lachamadring mit Jamuhakung lebih bakal. Huh? So to Jamuhiwani. Alas so to Jamuhiwani. Wakti. Luku, luku, luku. You want, you want Jamuh kuat? Luku disi. At Jamuh disi. You want opo you Birman poklen you openg direkt. Huh? You want openg kau? You opa her kau, frey, frey. Luku. Jamuh kenceng. At Jamuh disi. You go desi trak full top 13 dinasabi. Air sking fish trak. Nami abi alatstomang disi. Jamuh kuat? You no go kos kosomora disi. No it more you kiss kuat 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 disi. Madi dames. Didames mutasek nit over keselakafula he. Mi abwang sanggi uno. Mi karen paranam klaim. Mi geng mi hee geneng. Mi me kaneng charlie klem. Luku. Disi. Dames. Oh karen is your father kebos? Oh karen. Oh karen is your father lang? You use dong tapa paranam klaim disi. Akong strak baka. Akir si yukong mak baka. Mi go kosor yukong kebrek adis. Adisi. Yuk boreng na watra 5 minute. No. If you ab. If you ab. Groote flader. Yuk boreng wa groote koba. Yuk boreng wa groote koba. If you ab. Langa flader. Yuk boreng wa langa koba. Yuk boreng wa groote koba. If you ab. Swart of lader. Yuk boreng wa swart koba. Da disi. Yuk bo tak koba no ondre si. Yuk bo tengbo. Da wa sen ken so. Mar. Nita langa go grog. E vyu liba ntoumsi langa. Akoba go. Afi u go grog. Avoyeo disi anonle ki fo si. Fo si abe moro leik. Fo si be absofuru wagi wagi man. No need is to de. Da mi moucho nang a mi egu sa ni. Mi telos revi mi lep se yu passel de foureng da de foureng. Fa mi go so a hiri sakate lo. Mi li banr ngo ond da pre. Sug ferri. So an moi привru mi vrou lik yu yung? Di j Cheese McLeary. Mi telase gig batak alasan kung diri. Ya no si san na problem for Awoyo. And by the way mi sap tak je tan chant me so u taki moi vrou. Mi mami gi mi sre yano tan chant chant me Udeng tak mi non sabi. By the way ya na go di mi no ndi dio di. Halo. Hallo Hallo founded holiday meter Ferrari so with Kurka. Charlie, ich bin früher aussahtert, als ich leben soll. Sie beten, dass ich etwas war. Ich sage, es tut mir! Ich habe mich nicht so gut wie es ist. Sie machen, ich bin mit ihr zusammeln. Ich habe mich nicht so gemacht, so wie ich meine Arbeit mache, die mir gesellte Zeit mache. Ich mache mich ein freu, bei einem Studium. Darum, ich meine Klaren soll ich wissen, wie ich das total. Ich habe gesagt, ich habe die OPPO-OPPO-Wang-Ting-Song. Ich habe die OPPO-OPPO-Wang. Ich habe die OPPO-A-Tapu. Ma! Hey! Man! Ja, ja, ja. Ich bin so froh gekommen. Ja, ma. Ich hatte ein Thema von heute. Ich war es eher zu fragen. Man, habe ich das Geld nun da? Ja. Ich habe es ehrlich gesagt, Mama ist nicht angekommen. Mama, die teller ist noch da. Ich habe noch nicht verdacht. Nu, nu, habe ich das Geld nun da? Eigentlich, weil ich dachte, als ich so weit muss gehen und zurück. Ja, ich habe es auf und neer. Warte, warte, warte. Ciao! 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 Ich habe mich 100 Euro für mich. 100 Euro für mich? Ich habe mich 100 Euro für mich. Na 3 Deg, wenn ich nur noch nicht ertöne? 3 Deg?! Ok, dann noch ein 100 Euro für mich. Ja, dann noch ein 150 Euro für mich. Ich habe noch 50 Euro für mich. Ich habe noch 50 Euro für mich. Oh, nein? Ja, nein! Ich habe noch 50 Euro für mich. Ich habe hier auch noch ein Zettwachter. Ja. Sam! Kijk hier. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Mehr dann genug. Ja. 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 Ja, ma. Zeker. Zeker, ma. Ist gut. Vorzichtig. Yes, ma. Thank you. Yes, bye. Pak Jali. Wee. Kom hoor. Kom, 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 kom. Weetje wie je vader is. Huh? Ik ben je vader. Hallo! Na, ga je denk open, hoor. Je moet niet naar hem luisteren. Ga je denk open. Ah, nee, dit is niet waar. Ga je denk open. Ha, 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 ha. Ga je denk open. Ga je denk open. Pra, ga je denk open. Ga je dek-ta, na. Ga je denk open. Vaaa. Na? Ga je denk open. Wamp? Ja. Wamp? Ja. 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 Es ist noch langs der Straße. Ich kann nicht sagen, meneer. Wollt ihr so propós? So propós ist 50 SZD für 3, meneer. Ich hab Kauzeban, ichilo, ichi, Kimpo. Lekker, mit Iwakmalung. Lekker. Ja, ja, ja. Ja, ich hab Kauzeban. Die ananas kost 60, aber ich kann ein bisschen Poso. Nehmt für 45, meneer. Nee, aber Kauzeban. Kauzeban? Ja, aber. Die ananas kann ich wieder planten, als ich das set, in der Grund? Nee. Ananas Kauzeban? Ja, aber. Mit wie viele Menschen bleibt ihr, meneer? Twee, aber. Ich hab 2 Bosch's nodig. Twee? Für die ganze Zeit? Ja, ja, ist genug. Ich hab nur 3. Welche nicht alle 3? Nee, 2 ist genug. 2 ist genug? Ja. Oh, meneer. Normalerweise kost 1,10 SZD, meneer. Aber ich kann alle 3 für ihr zetten, dann kost 1,5 SZD. Nee, ist genug. 2 ist genug. 2 ist genug. Oh, als ich ihr Amalm hatte, soll ich für ihr verkaufen, nicht auf, meneer. Es ist 20,000 SZD, meneer. Als du blieb. Danke, meneer. Okay, fähne da. Ja, ja, ihr auch. Ja, meneer. Ja, meneer. Jamu? Jamu Covid? Nein, 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 nein. Diese nicht mehr, ihr kies Covid? Nein. Ich hab moro. Lüge, ja. Wantra Jamu, ja. Jamu kuat. Oh, nein. Das ist mein Name, was ich? Was? Das ist mein Name, das ist mein Abigba. Ich hab es halt. Ich hab sie nicht mehr nodig. Ich hab sie nicht mehr nodig. Nein, nein, nein. Ich hab sie nicht mehr mit meinem Leben gemacht. Weil ich den Vater erinnahme. Oh, ich hab sie nicht mehr. Nein. Was ich das? Das ist mein Name. Das ist mein Name, du bist mein Name? Das ist mein Name. Ich hab sie nicht mehr in Libyen, und deshalb bin ich auf der Sandesilfe. Oh, du bist ein Maser? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Pachale, du musst du mal nicht? Das ist total toll. Nein, meine. Meine hatte alle Respekt. Sie haben gesagt, die Maserraget in Liebe und die Möglichkeit der Bekirche habe ich alles mit mir gemacht. Ich habe die Maserragete gemacht. Ich habe die Maserragete gemacht. Dann habe ich sie nicht gesagt. Oh! Meine. Das eine Maserragete hat mir immer gesagt. Von Huh? Ich will euch ausprobieren. Anstaande Zondag. Diese Zondag? Ja. Oh nein, ich gehe nach Zondag, Marc. Ich kann nicht kommen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Also, wenn ich die Zondag aufgeregt, dann kann ich die Kirche schicken. Also, es geht nicht, warum sie es heute Abend kommen? Ich will gleiche Gebruik machen von so einer Gelegenheit. Ich kann ein Text aus der Bibel schreiben? Nein, Minowang-Citroon, es war. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, sie, 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 am Angolisi, Angolisi. Ja, ja, ja. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verderen. De vlammen zullen je niet verschroeien. Jesaja 43, vers 2. Dat wantakie. Alles is mogelijk, zolang je tek mastragado in je liby. En zolang je tek mastragado in je liby, nooit meer amolibie in de steen. Zij u wanneer je kies, dus leek van jou, ik zie moni. Mastragado nou gij u amoni. O gij u de gereedschap. O make you say extra. O make you say alladee. Alladee je uitverkocht. Zo je vind amoni. Je begrijpt toch mevrouw? Ja, ja, mevrouw. Dus toch maals, even vrij onzonde. Hoe kom, ik jou amtsin zo gado wordt. Ja, ik wou jullie een fijne dag verder. Godzeker. Ja, u ook. Maar, ik is een laatste kose van meneer. Amang liet dat, he. Maar, hoe je kan takke aan liet, amang liet. Amang liet gelijk. Je ziet hoe netjes, amang liet. Hemd in pantalon. Mijn isje in pantalon. Samen... Ich habe einen Traum gehabt, jeder muss 50 Euro inleveren. Oh, dann muss ich 100 Euro bekommen. Ich gehe nicht. Aber städte mich, wie ich miche erzählt, wie ich die gibt. Ich bin Muslim. Ich bin, ich bin. Wenn du will, können wir nicht gehen, du kannst. Ich kann sie nicht mehr unternehmen. Ich muss nur noch sein Geld und in keine Geld. So, ich bin. So, ich bin. Du kannst gehen. Ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, mir geht bei euch, wie machen wir? Ja, mir geht bei euch. Ich weiß nicht, wenn ich die Brücke habe, wenn ich die Koffie habe, dann bin ich auf 5.0. Ich weiß nicht, dass ich es auf 5.0. Ich weiß nicht. 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 ich habe ich Ich habe mich nicht alle hin und her. Ich bin mein Foto hier. Wenn ihr ein Gespräch machen und ihr machen, ist so lecker, boi. Chris ist echt gut, ich habe echt genoten, wir haben vier keren getan. Das ist echt, echt lecker. Ich liebe mehr Engeln. Aber ich weiß nicht warum Ro me gebeld hat, um nach hier zu kommen. Mein Vater hat mich schon bei der Telefonnummer mit Ro. Ich bin jetzt hier, ich muss mich warten, ich muss mich nicht warten. Lieber gehe ich ein bisschen Tiktokken und so, oder ein bisschen Vloggen. Ich will echt Vloggen. Wir werden Vloggen machen, aber ich werde es als die Leute von Tiktok machen. Surprise Bee! You wanna hang with me? Ich will nicht miss you. Nee, aber ich werde das Mann von Tiktok machen, mit den großen Lippen. Oh ja. Oh ja. Ist so gezellig, ist so gezellig. Nee, ich werde das eine Frau machen, aber ihre Brusten sind sehr groß. Die werden das eine. Kijk hier. Hallo, Lovies. Welkom bei ein hele nieuwe Video. Ist so gezellig, ist so gezellig. Ich werde sie, Eva, wo sie sie, ja, sie, sie, sie... Sarah. Eva. Oh ja. Immer so viel, ihr ferns, wie sie, so boi. Oh ja. Oh ja. Ich mache es dir. Und... Gruut Eva. Gruut, Gruut. Guit. Ja, ich muss Gruut. Hi Vlog. Willkommen zu meinem Guys. Das ist alles wie ein Schraub, Mann. Warum musste ich hier kommen so gehasst? Ein bisschen praten, doch. Praten, was ist das? Wie ist das? Hier? Ja, ich will was. Wie ist das? Hier ist nur ein Platz. Für uns. Das ist eine gute Bank. Das ist bei Werk so. Was steht hier? Mit Batik-Figuren. Aufuhh, aufuhh. Furniture. Das ist Engels, das ist Engels. Furniture bei 67. Engelsz, die Engelszikirmitag. Was ist da noch? Ich muss da noch nicht, ich kann nicht. Ich muss da noch nicht, ich kann nicht. Ich muss da stehen. Was erzähl ich? Was ist das für mich? Wie sch 50 Jahre alt? Was hat du mit Chris? Mit Chris? Niks, boy. Echte, echte. Kokobie, Quint, und ich hab nichts mit Chris. Das ist mein Privé-Boiro. Ich frage dich auch nicht mit wie du geht und mit wie du nicht geht. Aber da gibt es noch eine Chance. Eine Chance? Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich alles habe. Aber ich weiß nicht. Nein. Bitte, bitte. Ich weiß nicht, du bist mein Privé-Boi. Ich kenne dich sehr gut. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir sind zusammen nach Schule gegangen. In der Schule. Wir sind noch immer zusammen in der Schule. Ich finde es so awkward mit meinem Privé-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi. Das ist doch besser. Ich kenne mich doch sehr gut. Hmm. Ich sehe doch, ich dachte. Ich sehe doch, ich weiß nicht. Ich gehe doch, ich weiß nicht. Ich bin jetzt auf dem Schande. Ich denke, dass ich mich gut ist, oder? Ich denke, dass ich ihm mir andere ausfühlen werde mich zu sagen. Nein, nein. Ich glaube, Gott. Ich gehe dir das aus. Es wird nicht soque chaos. Ich denke, es wird ein Geckes-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi-Boi. Ich bin schon immer wieder mit aller Aktion. Ich bin schon immer wieder mit dem rede sank. Wir sprechen lieber über andere Dinge hier und ich. Ich bin ein schönes Ort. Hier ist es ein schönes Ort. Lieber machen wir TikTok-videos. Da werden wir viele Viewer bekommen. TikTok? Komm schon. Beginn mit Saint-Fierre. Bitte, bitte. Da werde ich darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ich werde es einfach ein bisschen setzen. Dann werden wir dansen. Ja, einfach. Es ist nicht lang. Steine. Ich bin so ein Sportiv. Ich werde es hier setzen. Okay. Steine. Ich steine. Ich werde es direkt. Okay, Adele. Steine. Steine. Das ist nicht lang. Das ist nicht lang. Wir gucken uns. Das ist langs Nase. Das ist langs Nase. Das ist langs Nase. Nein, 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 nein. Geh andere. Warte. Welke? Warum muss ich stehen? Sta hier, hier. Du musst mich nicht tun! I need somebody. Ich bin so gut, ich bin so gut. Ich gebied dir, du bist festberaden und standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Joshua 1, vers 9. Zin van jou, zin alleen, santa olie. Oh my God, Jesus. Dag meneer Johannes. Dag. Is Sarah thuis? Wat wil je? Nee, ik had Sarah even nodig, ik heb een paar stencils nodig. Waarvoor ga je naar school? Om te studeren, maar ik heb een paar stencils niet bij me meneer Johannes. Sarah is niet thuis, maar even, je hebt geen ouders, ne? Jawel. Want elke keer kom je hier, elke keer. Nee, maar Sarah is niet thuis. Kan je er voor me melden dat ik was geweest? Ik zal zeker melden. Is goed meneer Johannes. Maar voordat je weggaat, ik wil je dit meegeven. Ik vind het niet echt leuk hoe je met Sarah optrekt hoor. Oh, sorry mijn verontschuldiging. Dan weet je het nu. Is goed. Ja? Fijne dag. Fijne dag. Zijn van jou. Zijn alleen. Zijn alleen. Santa Oli. Klap, klap. Klap, klap. Sarah. Oh my god. Sarah. Jesus. Klap, klap. Sa... Wow. Vader, hoe gaat het? Ik ben niet jouw vader. Ah... Sarah thuis? Wie ben je van Sarah? Wat wil je van Sarah? Wel, om al jouw vragen te beantwoorden. Ik ben een schoolvriend van Sarah en we zitten in één klas. Schoolvriend? Ja. Schoolvriend? Ik denk het niet. Hoezo? Wat ik hier zie. Maar al zou je een schoolvriend van Sarah zijn of een klasgenoot. Jullie hebben of je hebt acht tot één de tijd om met Sarah te praten. Maar je komt speciaal na schooltijd. Ja, eigenlijk om samen te studeren en iets te bespreken. Nee, 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 nee. Sarah is niet thuis. Ze is niet thuis? Nee. Ik mag niet even komen kijken. Je bent gek, nog? Abuvader. Ze is... Zijn fejer. Zijn alleen. Santa O Zijn Geek Sarah. Pa? Sarah. Eh, kom! Sarah, luk der. Oh, ja. Komm, 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 komm. Was ist das? Ich fühle mich ein bisschen aufgeblazen. Hab ich gegeten? Was habe ich gegeten? Ein Ball. Ich habe bei der Maschine gekocht. Ist das kein Verfalle Ball? Oh, oh. Aber keine Grappe, oh. Sarah, geh zu spüren, geh zu spüren. Zomaar duermatisch. Es ist kein Covid mehr. Du denkst, dass es kein Covid mehr ist? Es ist noch immer Covid. Aber alle anderen benutzen die Oude-Benaming. Aber es ist noch immer Covid-19. Es macht keine Grappe. Geh zu spüren! Er ist... Was Maggie gewesen? Maggie war gewesen, ja. Oh, sie musste ein paar stencils von mir bringen. Oh, okay. Ich dachte, sie hat gelogen. Ja, Maggie war gewesen. Niemand mehr? Nee, niemand mehr. Oh, okay. Aber Sarah. Papa? Maggie hat keine Ouders, ne? Oh! 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 Ist gut. Sind da ja! Äh. Sind alleen. Zelfs meine freie dag- Kann ich nicht eens rusten? Sind da ja. Sind alleen. Santa Oli, in Jesus' name. 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 Ava? Aha. Da bah ka dat? You slicking. Oh. Oh. Okay. 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 Okay? Okay. Okay. Minamah. Slicking? Minadoro? you cow you must put in top up and for you to go in alexa boy man come at the key wie kommen in 5 you know find me ja ja be me cbd prani nagrom bakasik prani sang prani groom to you cow boy cbd langa you wanna have the gaming no 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 my abu abu don't do that direct power start no sd hey father pachali so for go to you in a thread that my roof don't know her room this is an awesome margo to then it's o marci the signing days as a mawintis Das ist ein Mann. Oh, Aisah, Aisah, Aisah. Oh, Aisah, Aisah. Oh, da, Trawang? Diese, ist mein Jaquat. Jaquat, das war das? Das war die, die ich nicht mehr so lange mit Jaquat. Oh, Und diese, mit Samen, nach Elkarbleiben. Oh, da, was diese? Diese, ist auch Mama Aisah. Was ist das Mama Aisah? Mit dem, ich auch. Oh, Ja, 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 ja. Da, trawang? Diese? Ich auch meine, ach, war. Oh, da, zwei, 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 zwei. Oh, das war die. Ja, 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 ja. Hey, ich meine, die, die wendte, boy. Hein? So, das wendte. So, das wendte. Ich bin mir noch die, wie ver ich jetzt will. Wad섯, wad섯, wad섯. So, das wendte. Wie wenn ich das wendte? Ich bin ein Ausland, der ist nicht so easy. Ich bin 3-0, der Tadrape overheat. Oii, Pachali! Pachalina, you miss of Pachali. My app on problem. Yous-re-fa-problem, here you have problem. Pachali-arche. My license up on a mountain, and Amanda Chamonhi. Ja. 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 Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Wir gucken, so. Ja, wapana nam, klemfanauduan. Da misi, aflater dati langan oder laut. Oh, dis da mius gebrekert disi. Ha? Mius gebrekert disi. Ja, tu. Ma, anu jasuh? Kung na mi oso da mi goleg, yu eg mal. Oh, ya gosor mi sa mius gebreking. Ya. If you gebreking, mius lugu. Oh. Oh. Na kong gono. Da kante mi ka sebreking na nga yu. Ya, yu ka klem mi ko si. Oh. Boi, waka boi. Oh. Kung kong gono. If mi o klem you, yu dede pacali. Ah, alright. Crist. Kan je even luisteren, hoe heb je zo'n haast om weg te gaan? Haast? Oi Sarah. Oh, maar tien minuten, ga echt geen extra tijd betalen. In het begin ga je altijd verlengen boy. Nu heb je plötzlich zo een haast, je doet het al een haast. Ich bin so ungeinteressiert. Ey, boja. Du gehst mit anderen Mädchen, ne? Was? Andere Mädchen? Nochmal, Sarah. Oh, Mann. Allemaal nonsens-vragen. Nee, ich muss sicher sein. Ich will sicher sein. Ich will nicht gingen. Und so. Ich sage euch sicher. Meine Applaus-Gacher. So, aber... Ich muss etwas sagen. Ich weiße. Ich weiße. Chris, ich praat mit dir. Ja, ich lüste. Kijk hier. Wat ist das? Ich weiß, was das ist, boy. Das ist ein Schwangerschaftstest. Aha. So sieht es aus. Wauw, wauw, wauw. Wat ist das? Ich darf nicht schießen. Chris. Ich bin zwanger. Wat? Ich bin Vater. Sarah, was? Ich bin Vater? Wie bedoel Sie? Wauw, 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 wauw. Wie bedoel Sie das? Ich bin Vater. Ja, Krebs, ich bin Vater und ich bin Mutter und wir können dann für immer bei uns bleiben. Va! Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Ich gehe doch nur mit dir. Denk ich auch mit anderen Jungs? Sa! Sa! Luister! Oh, du denkst, du denkst, dass ich die Vater bin? Darum weiss ich mir die Schwangerschaft. Sarah, luister, ich habe dich die eine Tag gesehen. Bei Waka-Passi, he. Was es toll? Kijk hier, kijk hier. Ich bin so intim mit Ro. Dann bin ich die Vater. Chris, nicht dass ich mit Ro. Das will ich sagen, dass ich mit ihm gehe. Ich gehe alleine nicht. Oh, ich bin die Vater. Sarah, let auf dich selbst. Hau auf. Sarah, du sagst, ich bin die Vater. Right? Toch? Ich kann das nicht. Ich bin in shock. Ich weiß nicht was ich sagen, ich weiß nicht was ich tun, aber ich bin nicht bereit dafür. Sarah, ich bin die Vater. Ich kann das nicht arbeiten, Chris. Was? Wie soll ich arbeiten? Wir beide studieren noch. Und wie sind wir eigentlich hier? Ich weiß nicht, ich bin die Vater. Hau auf, Sarah. Wir werden das Kind nicht können verzorgen, Sarah. Wie denkst du wir hier sind? Ich habe meine Mutter's Geld. Die hat uns hier gebracht. Ich kriege Geld von meiner Mutter. Sie verholt von mir, dass ich studiere. Sie studieren doch auch. Was, 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 was denkst du eigentlich Sarah? Was denkst du? Huh? Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen, Sarah. Aber was verwacht ich, dass ich muss tun? Ich bin als Schwanger, Chris. Hey Sarah, luister. Es ist, es ist, es ist, es ist vielleicht Wri, doch. Aber es ist spannend. Und das ist das, was in meinem Kopf, kann, kann, kann aufkommen, ist, dass ihr abortus geht, bei Sarah. Was sagst du, Chris? Ich habe nichts anderes in meinem Kopf. Chris, was sagst du? Ich finde, dass ihr abortus geht. Was sagst du, Chris? Was sagst du, Chris? Sarah, ich bin gek in deinem Kopf noch? Bin ich gek? Huh? Hey, Anna, you put me nach Runt ab, das ist noch fast. Mein Moro. Ich waarschuw dir, Sarah. Chris. Ich bin schwanger von jou, he. Es ist, dass du Kind hier ist, Chris. Und ich werde keine abortus gehen. Das ist gegen das Gelöf, Chris. Was? Was? Tegen das Gelöf? Tegen das Gelöf? Tegen das Gelöf? Prat ihr echt darüber, Sarah? Ich vergesse, dass ihr ein Vater dauerthuis habt, ein Vater dauerthuis habt, die nicht von meinem Kopf hat. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht was, ich weiß nicht was, was ich ihm sagen. Chris, mein Vater ist Mensch, ich kann mit ihm sprechen. Oh, er ist Mensch. Precis so bin ich auch Mensch. Snap je? Und ich sage, er wird es nicht accepteren, vor allem wie ich es bin. Und meine Mutter? Kann ich auch mit ihr sprechen? Ich denke, sie wird es accepteren? Nada. Ich denke es nicht. Sarah, noch mal. Ich spüre mich mit dir. Pack je spüllen. Nichts vergessen. Wir müssen weggehen, man. Wir müssen weggehen. Lasch zu übernehmen. Als ich so einfahren��를 habe, ändere ich dir das ist, ich will. ich weiß nicht. Wie ist Asandiri? Ich werde jemanden finden, die will mich helfen. Ich weiß not sure. Immerens kann ich Geld finden. Das macht nicht das. Aber, kijk, jetzt müssen wir alleine weg, und so. Du bist und ich bin meiner Seite. Aber es ist spannend. Du hast Geld, doch? Ah, boh, kijk, ich werde die Mann vorhin melden, dass wir weggehen, und so. Ich weiß nicht, Mann. Vater! Ah! Chris tut alsof ich alleine schuldige bin. Hey, ihr wolltet nie ein Kondom, denn jetzt bin ich schwanger, dann bin ich nicht bereit. Ich bin laag noch K. Dann kann ich sagen, ich muss weggehen mit einem Taxi. Woher ga ich nun ein Taxi finden? Sinds wanneer bei Pension, als die roldeer opengeht, dann geht jemand nach vorne. Jeder wird jetzt nach mir schauen. Gott gebt mir Kraft. Ich werde keine Aborten plegen. Ich werde dich nicht weghalen, baby. Aber ich werde mein Vater sagen, wie werde ich mein Vater sagen? Kann ich mir sagen? Kann ich mir sagen? Kann ich mir sagen? Ich werde mich jemanden mit driverieren, wenn ich debido werde, ich werde einokus lassen. Wie kann ich hinweisen? Das ist mir ganz Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich kann nicht hier sitzen. Ich kann nicht hier sitzen. Ich kann nicht hier sitzen. Ich mag nicht wissen, worüber wir sprechen. Es ist über die Schule. Oh, über die Schule, okay. Warum hast du keine Antwort? Ich habe mein Telefon ausgemacht. Das ist ein Mensch, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Mensch, oder? Oh, das ist ein Mensch, oder? Ich bin schwanger. Oh, ich bin schwanger. Ich kann nicht. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Das ist ein Mensch. Das bedeutet, dass ich dich nicht überlebt. Ich bin schwanger. Herr, das ist ein Vater. Ich bin der Vater, sag, was ich? Ich sag, wie ich für mich noch? Echt nicht? Aber ich bin ein Schwanger. Von Chris. Chris, ich will nicht ein Kandome benutzen. Er will nie ein Kandome benutzen. Oh, dass Josef auf ein Foto steht. Das ist nicht so. Ich kann das nicht machen. Das kann ich nicht machen. Die letzte. Ich kenne die Somme, das gibt mir auch die Schwangerschaft. Das ist die eine. Fx ist gekoppelt an x. Ja. Wie viel ist x? Kann das nicht? Kann ich mir helfen? Ich schaue die Formule. Dann schaue ich es für dich. Die Formule muss ich mir mailen. Und das Verslag mail ich auch gleich. Dann mail ich es für dich. Asetti. Okay. Dag, meneer Johannes. Fijne dag. Fijne dag. Godzegen. Ist gut, he? Ah, okay. Ist gut. Sarah. Papa. Jullie sprachen echt over de school. Aha. Jullie sprachen echt over de school. Dus al die tijd had ik een heel ander beeld van dit kind. Daarom moet hij niet zomaar vooroordelen enzo. Ja, ja. Ze is wel zwakjes, daarom help ik haar ook. Maar ze heeft geen huis, ne? Ah ja, mooi pa. Ze heeft drie huizen. Oh. Kan je mijn Bijbel even pakken, alsjeblieft? Waar is dat? In mijn kamer. Hier. Binnen hier? Ja. Heb je het? Het is onder die penthouse boeken. Ja. Maar voor een voorganger lijkt die Bijbel wel op een pakje kaartdorp. Is niet erg, is niet erg. Thank you. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40 vers 31. Geprezen zij de God en de Vader van onze Heer, Jezus Christus. Laat ons leven en wij roepen uw naam. Zalem 80 vers 19. Christus Jezus is verschenen. Pa. Mek wie tang na Libi. Dan wie zakari aan hem voor jou. Pa. Zalem 80 vers 19. Christus Jezus heb roepen amakt die voeten. Dede. Pa. Ja. Wat is er Sarah? Ik ben bezig. Kom je gewoon hier liggen als een otter? GELACH Is geen otter. Was ist das? Ich denke, ich habe Fuga nicht, ne? Wieso Fuga? Ich lege die Bibel den ganzen Tag. Ja, ich habe eine Friede mit. Vanaf Mama weg ist, jetzt ist sie ein anderes Leben, sie sind ein anderes Mann. Ich bin mal, ich bin ein anderes Frau. Andere Frauen? Ich habe fürlopig... Ich habe keine Frage an Frauen. Buurvrouw Soraya ist eine schöne Industanse Frau. Aber ich habe fürlopig keine Behoefte an eine Frau. Ich bin getrouwt mit der Liebe. Ich habe eine Friede mit. Aber ich würde es nicht liefsten, als noch jemand in Haus kommt. Wie, Maggie? Ich denke nicht, dass Maggie hier in Haus kommt. Nein, nicht Maggie. Was will ich mal sagen? Ich will Papa etwas sagen. Vielleicht ist das ein Zeichen von Gott, oder? Ich höre. Ich höre. Ja, Maggie. Ja, Sarah. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Oh! Jesus! Wer ist die Vater, die Baby? Wer ist die Vater? Vertel. Chris. Welke Chris? Er ist ein Mal gekommen, sagt er, mit Tatouasjes. Die Junge mit Tatouasjes. Er ist die Vater. Oh mein Gott! Sarah. Sarah. Die unbeschaffte fan. Er ist nicht unbeschaffte, boy. Sarah, bring mich jetzt nach ihm. Begin mich jetzt nach ihm zu bringen. Was werden wir da suchen? Was werden wir da suchen? Wenn du sagst, dass er die Vater ist, muss er die Verantwortung für stehen. Begin mich jetzt zu bringen. Begin zu laufen. Nu! Wacht, wacht! Ich verstehe die Jugend von heute nicht. Als so die krasse, wie Alata. Weet je hoeveel jaren ich kein Sex habe gehabt? Eh, meine Span? Huh? Zei, wat gebeurt er met Sarah? Sarah, boy. Sarah, wat doe je met me? Sarah! Wat doe je? Heb je nog tijd daarvoor? Huh? Waar woont hij? Er ist nicht so ver. Begin te lopen. Je moet me brengen. Maar wat voor zin. Nou, ik kan toch met hem praten later. Nee, 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 nee. Waarom heeft hij zo'n haas? Nee, 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 het gaat niet zo makkelijk. Ik wil weten, als hij echt de vader is, en hij moet er verantwoordelijk voor staan, hè? Begin me te brengen. Nee. Waka? Je ziet alles zo makkelijk. Je ziet alles zo makkelijk. Je ziet alles zo makkelijk. Kouzen van voor maar vijf SRD per bos. Ze gaan zeggen van, ja, het loopt met chocola, dit, dat, dit, dat. Wel, ik heb mijn lijnen. En het mooiste ervan is dat Percy broccoli voor me gaat brengen, wat hij in Suriname heeft gepland. Ik ga de enige zijn die broccoli gaat verkopen. Samino Seerdeen. Goedkoop nog er... Maar, dus, ik dacht al van, ik hoor stemmen in het huis. De, je hoort stemmen wat dat heet, Spachong. Heb ik niet gezegd. Je weet toch dat ik thuis ben, zo'n uur. Ja, maar ik was bezig te studeren, Toma, ik had het niet echt opgeluk. Maar, maar even, zo studeer je nou, zo luid muziek? Ja, is mijn manier van focussen, eigenlijk, concentreren. Hoe concentreer je zo? Hoe? Als je iedereen nog van die soul-liederen waren, was het wat anders. Maar heb je de lederen van je gehoord? Hip-hop of bib-bop of ik weet niet. Maar, zo leuk. Maar, doe dat nooit meer. Wat? Is heel erg eng als je dat doet, man. Eng, eng, eng. Aber ihr werdet durch, ihr kommt von der Arbeit, ihr kommt nach Hause, ihr werdet wieder. Aber wie dann? Wird ihr nicht einfach relaxen oder so? Relax ein bisschen, Assa. Ich kann relaxen, als ihr Mama geht. Ja. Ja. Aber in der Mittag muss man studieren. Ihr könnt Mama eigentlich helfen, unter der Markt, mit Verkopenhenma. Was? Unter der Markt? Ja. Das fragt Mama. Ist gemakkelijk. Gewoon schreuen. Kauze, baan. Kauze, baan. Sopropof. Heeft toch SRD is lekker met die watmalung. Engelso. Okay, okay. Mama zegt me ook altijd he. Altijd zegt me mama. Naang, je bent zo gantengbo. Je bent zo knap. Ja? Verwacht u echt van me dat ik daar onder de Markt met u ga staan? Niet slecht bedoeld hoor. En dan? Okay, okay, kijk. Ik ga u een voorbeeld geven. Stel, we verkopen onder de Markt. Aha. Ik sta naast u. En ik doe wat u me zegt. Dat ik moet doen. Aha. Maar dan komt mijn droomvrouw langs ma. Jou, wat? Denkt u dat ze naar me gaat kijken als ik daar sta? Ik ga even mijn liking goed zetten. Wat heb je gezegd? Je, je wat? Zit het goed? Ja. Ja, zit het goed. Okay. Je hebt een droomvrouw? Ja, mijn droomvrouw. Aha. Ik heb een droomvrouw. Oh. Ja. Weet je, kom, laten we samen dromen. Laat me zien wat je droomvrouw is. Dus u bent geïnteresseerd om mijn droomvrouw te leren kennen? Ik ben gewoon droma. Ik ben geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd. Okay, 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 okay. Okay, maar we beginnen. From the top. Top. Ze is beeldschoon, ze is mooi. Mooi, dus blank. Hoeft niet blank te zijn. Gewoon donkerblank als mama. Oh ja, beneden, beneden. Oh, we gaan door, we gaan door. Als we meer naar beneden gaan. Aha. Die borsten moeten groot zijn, maar. Hou vast moet er zijn. Snap u? Grote Bobby. Ja, ja, ja. Weet je hoe gevaarlijk dat is, man? Waarom? Als jullie risi hebben, hoeft ze niet veel te doen. Ze staat je gezegd, gewoon tussen de ga je steken. Mag. Als dat werkelijk zo is, I'm a die happy man. Die happy man, die happy man. Ok, ok, ok. We laten dat gewoon zo. We gaan meer naar beneden. Beneden. Buikje. Mag er zijn. Niet plat, niet groot. Is oké. Maakt niet uit. Ja. Als we meer naar beneden gaan, moet die bil wel groot zijn. Want... Want wat? Het moet gewoon groot zijn. Het moet gewoon groot zijn. Ja, ja. Als ik goed heb geluisterd en als ik heb gedroomd met ze. Zo van top tot teen. Yes. Heb je het over mooi. Ja. Een mooie lijn. Een mooie Bobby, een mooie billen. Helemaal. Maar. Maar. Ik heb je dit vaker gezegd. En ik ga het blijven zeggen. Ja. Ja. Mooi. Is niet alles. Je moet niet altijd kijken naar mooi. Ja. Atimus Kring. Ja. Wat als het een mooie is. En ze zegt. Chris. Ik wil een mooie auto rijden. Hoe gaan wij het permitteren met Koussenban wat ik verkoop? GELACH. En ze zeggen. Ik wil een mooie horloge. Hoe gaan we het permitteren? We hebben nu geld voor je studie. En studie moet nu het belangrijkste zijn. Ja. Dus daarom. Als ze zulke dingen vragen moet ze wachten. Dat ik ben afgestudeerd nu. Ja. Als je al bent afgestudeerd dan ga je toch je droomvrouw nemen. Dan kan je je mama nu toch helpen onder de markt. Ik kom terug daarop. Ik heb nog studie. Studie. Gelijk studie. Ik moet nog studeren nu. Ik heb nog veel te doen. Oh. Gelijk studie. Ja. Dat komt goed. Is niet erg. Ga studeren. Ja maar. Als je ready bent om je mama te helpen. Laat je droomvrouw in je dromen. Zeker. Zeker. Maar. Is goed. Ik ben hier een zakje voor die man. Zeker man. Is goed. Tot straks. Ja tot straks. Bye bye. Bye bye. Bye ja. Kleine kinderen worden groot zeg. Lavo. Droomvrouw. Paja. Hier is het. Hier is het. Weet je het zeker. Ah. Klap klap. Hallo. Klap klap. Goeiedag meneer. Goeiedag mevrouw. Meneer. Hoe weet u dat ik hier blijf. God heeft u gezegd. Jawel. Oh maar meneer. Kijk weet je. Ik ben bezig groenten te sorteren. Ik heb niet echt zin in recitatie of lezen lezen van dingen toch meneer. Nee mevrouw. Daarvoor ben ik niet gekomen. He? U heeft een zoon toch? Ja. Heet hij Chris? Ja. Heeft God u dat ook gezegd? Meneer. Mevrouw. Om een lang verhaal kort te maken. He? Zij is mijn dochter. Ja. Ja 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 ja. En uw zoon Chris heeft mijn dochter zwanger gemaakt. He? Ja mevrouw. Ik ben zwanger van Chris. Kan niet. Kan niet. Ik ga jullie nu zeggen. Jullie zijn verkeerd. Jullie zijn... Nee. Kunt u hem even roepen alstublieft? Ik ga hem roepen. Maar ik ga u nu zeggen. Jullie zijn verkeerd. Want dit is niet zijn droomvrouw. Nee. Nee. Kijk. Maar Eva meneer. Bent u wel op juiste adres? Jawel mevrouw. Moeten jullie niet zijn op Christendam? Nee nee. Hier moet ik zijn. Hier? Ja. Chris. Chris. Ma. Kom. Ma. Ken je haar? Ja. Van waar? Van school. School. En wat voor band hebben jullie met elkaar? Schoolvrienden. Schoolvrienden toch? Verder niks toch? Nee ma. Chris. Ik heb mijn vader gezegd. Heb je moeder gezegd? Zeg maar. Jongeman. Jongeman. Ja. Vader. Ik ben niet jouw vader. Luister. Heb jij mijn dochter zwanger gemaakt? Ja of nee? Nee. Ik heb het niet gezegd. Heb je gezegd? Chris. Zeg nou. Zeg eerlijk nou. Direct. Pa vraagt nog een keer naar pa. Jongeman. Heb jij mijn dochter zwanger gemaakt? Ja of nee? Nee. Heb je hoort? Doe volop. Sorry hoor mevrouw. Ja is goed. Fijne dag hoor. Fijne dag. Dus. Gewoon zo. Komen ze naar mij toe. En dan zeggen ze dan. Mevrouw. Jouw zoon heeft mijn dochter zwanger gemaakt. Als toch verloelo haalaziet. Gewoon zo. Wat gebeurt er met ze? Omdat ze weten dat je mensen onder de mar verkoopt. En omdat ik geld maak. Denken ze dat ze op zo'n gemakkelijke manier mijn zoon kan afpakken? Echt niet. Chris. Man. Ik heb je dit vaker gezegd. We moeten voorzichtig zijn. Je bent geen lelijk kind. Iedereen wil je hebben. Jij bent ook hun droomvriend. We moeten voorzichtig zijn. Want dit gaat te ver. En als het vaker gebeurt, ga je horen. Dan dit. En dan gaan ze je willen. En dan ga ik alles moeten betalen. Omdat ik goed te verkopen. We moeten gewoon voorzichtig zijn. Ma. Ik ben werkelijk de vader van dat kind. Hallo. 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 Wat heb je gezegd? Ma. Ik ben werkelijk de vader van dat kind. Allah 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 allah, allah 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 olah allah 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 allah! Maa ma ma, ma luister. Ik, 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 ik wil de Sonat niet toegeven. Omdat ik bang ben voor de Vader ma. Ik, 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 ik weet niet. Ik wist niet hoe hij zou reageren op als ik ja zou zeggen. Dus het is waar. Chris. Het is waar man. Is dit wat we hebben afgesproken? Nee man. Chris, we hebben beloftes gemaakt dat ze je studie eerst gaan afronden. Sinds wanneer doe je van dit soort dingen? Chris, wir haben Gespräche und bei der Weh, habt ihr gesehen, was für geloze Leiden? Wir sind Moslems, was für geloze Leiden? Das macht doch nichts aus. Wie geht ihr da leben? Was weiß ihr davon? Das macht doch nichts aus, Mann. Das macht nichts aus? Das macht nichts aus für mich. Was bin ich von Plan? Was bin ich von Plan? Aber ich habe darüber nachgedacht. Und ich will da sein für sie und uns Kinder. Also, Chris. Willst du mir sagen, dass ich nur Tag und Nacht habe gearbeitet? Ich habe gearbeitet nur um deine Studie zu betalen. Kiesst du jetzt dafür, um für Kind und Frau zu verzorgen? Willst du mir sagen, dass du die Schule verlässt? Nein, nein, nein. Als du denkst, dass du es doch geht? Ich stelle dir gleich nach deinem Vater in Nederland. Was? Um deine Studie zu machen. Na, Mann, Mann. Dann gehst du nach Nederland. Dann kannst du auf deine Studie focussen. Mann, Mann. Wir sprachen noch darüber. Als ich dich unter den Markt helfe, kann doch alles gut kommen? Alles gut kommen? Ich will da für dich sein, Mann. Ich werde es noch einmal erzählen. Wenn du denkst, dass du weiter geht, dann stelle ich dich nach dein Vater in Nederland, um deine Studie zu machen. Und ich werde morgen ein Ticket für deine Bücher holen. Chris! Und ich werde dich nach deinem Kamer studieren, um deine Studie zu machen. Ich werde dich nach deinem Kamer studieren. Ich werde dich nach deinem Kamer studieren. Das ist so einfach. So einfach. Ich werde mir nur daran arbeiten, um deine Studie zu betalen. Und dann, wie alt ich bin. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre ein Genauter von meiner Vivie. Sie planen nicht. Warum planen nicht? Wel δο ihr nicht planen? Chian, wie schön das Leben ist. Plan um zu wandeln. Word was du willst werden. Kauf was du willst in dein Leben. Geh reisen, geh wandeln. Aber nein! Alles dreht um sex, 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 sex. Alles dreht um sex. Dus, weißt du, als ich so durchgepikere und schreue, dann wird mein Blut steigen. Und als mein Blut steigen, dann werde ich dunkel von Blut werden, dann werde ich doodvallen. Lieber, ich werde einfach sitzen und meine Kronen sortieren. Alla, la, la. Ich verstehe das nicht, Sarah. Sarah, wie ist die Vater, Sarah? Wie ist die Vater, Sarah? Wie ist die Vater? Je hat selbst gehört, Sarah. Vertel mir, wie die Vater ist. Er ist die Vater, Papa. Oh my God, Jesus. Heb je zelf niet gehoord? Sarah, waar ist je waarde, Sarah? Waar ist je waarde als vrouw? Sarah, elke week, elke week, geef ik zessies in de kerk over tienerzwangerschap. En geef jij mij nu dit terug, Sarah? Sarah, je hebt me diep, 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 diep teleurgesteld. Waar zit je verstand? Waar was je verstand op dat moment, Sarah? Zo'n mooi meid, die verstand leegie. Sarah, ik beheers me nu, hè. Ik beheers me nu. En hoe verder? Je vindt, je bent volwassen. Je wil grote mensen dingen doen. Je voelt jezelf volwassen. Waar of niet? Ja, toch? En nu, hoe verder, Sarah? Hoe verder? Zo'n man na pa. Sarah, ik wil een plebikisman. Ik wil een doobikisman, Sani. Dan ga ik je één ding zeggen, Sarah. Doobikisman, niet dan in wat ozo. Is dat begrepen? En dan mag je het nu weten. Ik, jouw vader, Johannes, accepteer jouw zwangerschap niet. Heb je dat begrepen? Sarah, rest mij nog te zeggen. We gaan nu naar huis. We gaan nu naar huis. Je gaat inpakken en opdonderen. Is dat begrepen? Waar je gaat, is niet mijn hoofdpijn. Vecht het maar zelf uit. Begis my one play. Voel hoe hard het leven is. Ik wil je niet meer zien, Sarah. Ik ben klaar met je. Pa. Pa. Alleen omdat ik zwanger ben, pa. Maar is dat zo erg, pa. U geeft me niet eens de tijd om te praten. U geeft me niet eens de ruimte om... om het uit te leggen, pa. Alleen omdat ik zwanger ben. Is dat zo erg, pa. Is dat zo erg? Is dat ik iemand heb voor moed? Is dat ik... 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 Ich habe nichts mehr passiert, du musst mir jetzt probieren. Ich bin gerade noch ein bisschen Eco-Sie. Das sieht man, das ist auch gar nicht so gut. Ich weiß nicht, dass ich das in die Bank von vorne anscheinend là... Also drückt, dass ich mir die Helden freu mich... Ich hab noch mal was. Was? Es ist auch noch kein Problem. Problem? Ich habe keine Probleme. Ich habe einen anderen Fall hier hin. Eins, was ihr angeht? Was ist das hier? Mein Vater hat mich aus dem Haus gezogen. Ihr Papa hat das. Ich habe das. Ich bin ein Wunder. Frau, ich bin ein Wunder, Mann. Was ist das? Ich bin ein Wunder. Wunder? Wunder von mir? Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Und jetzt ist mein Vater boos. Wer ist dein Vater? Chris. Chris? Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Was ist das? Ja, deshalb ist mein Vater boos geworden. Wir sind bei ihm. Und Fre59. Ze ist nicht mein Vater. Wir sind ein Wunder. Also haben mein Vater dabei nicht aus Hause gez은. Acchi, Siem. Dumpen, Anna. Om mir an Wunder gewinnst, okay? Ein Wunder, shut up. Aber ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Warum will ich ich bei honen? Wie es bei mir war? Wie es Bushelst? Komm na, Sie scholarship. Ich komme noch. Lüster. Duis bei mir. Woonen er sieventien Menschen. Da bin ich noch ein Chef. Träume in Gwaskoro, Träume in Sribi. Es wird keine Platz für dich sein. Oh, moeilijk. Ich mache das immer so. Dann werde ich lieber selbstmoord. Dann ist das klar. Was? Sarah, Sarah, Sarah. Lüster. Was will ich selbstmoord? Ich will mir doch nicht helfen. Ey, Lüster. Es gibt keine Option. Wenn du eine Frau, eine Frau und eine Frau, dann ist das nicht immer, Chris. Chris hat mich nicht mit einer Frau. Ich habe mich nicht mit einer Frau. Ich bin nicht mit einer Frau. Ich kann doch nicht. Das muss ich machen. Lüster. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht so sprechen. Lüster, ich habe jemanden. Ich werde mir helfen. Ich will nicht mit einer Frau. Ich kann auch nicht mit einer Frau. Ich war immer so lief. Ich war immer so lief. Ich war blind. Ich war immer so lief. Ich kann doch nicht Dinge von vor zu sehen. Ja, ja, ja. Ich kann doch nicht so lief. Ja, ja, ja. Komm, ich werde gleich. Ja, dann muss ich direkt. Kann ich ein Braschen geben? Ein Braschen? Alles kommt gut. Das ist eine Annex. Ich muss meine Kleren holen. Das ist eine Annex. Ich muss das jetzt wieder aufbauen. Ich bin ein Braschen. Aber ich habe auch ein bisschen. Ja, dann kann ich es nicht mehr. Ja, dann komm ich hin. Ich bin ein Braschen. 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 Ich bin ein Braschen auf DSP. Ich bin ein Braschen. Ich bin ein Braschen oder so, dass ich nicht spielen muss. Ich habe einen Schluck mit dir in die Ruhe. Ich habe einen Schiff. Er ist es nicht so cool, ich habe einen Schiff, ob ich aus diesem Schiff, aus dem Schiff, wo ich nicht so cool habe, ich habe einen Schiff, ich habe einen Schiff. Herr, bitte was ich? Ich habe einen Schiff. Ich habe einen Schiff, ich habe einen Schiff. was ich habe hey ihr warte 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 So wie kann ich denn? Wie kann ich Sarah be blinden? Ich habe nicht so viele Sachen hingehen. Ich würde Sarah be blinden. Ich wäre wohl dabei. Ich wäre dann auch Sarah be mit. Ich würde mich immer daran sagen, ich hätte dir. Ah, mein Mann... Sarah be mit, ich würde so vor allem nichtießen. Ich kann nicht mehr Sander, ja, und ihr wisst, mein Baby. Ich bin schon mit dir gewohnt. Ich habe nicht mehr so viel zu essen. Ich fühlte keine Kinder-Bewegungen mehr. Aber nicht wie du für mich steht, bewegt das. Echt? Baby, cha-tutururur, baby cha-tutururur, baby cha-tutururur, baby cha-tutururur, baby cha. Mwah! Wie ist das? Ich habe das Ding für dich gekocht, bei Moonlight Glue. Oh, das Ding da auf der Hoek von Dingen verlangt die Gemeinde Langsweg zu Emmatawariland. Oh, ich habe das Ding schon gekocht. Ich habe alles gekocht. Ich habe alles gekocht. Ich habe auch ein Buch. Alles steht hier. Ich habe das Ding geschrieben. Wie man muss Dinge? Persen. Und wie ich muss adem und so. Leuk. Ich muss das auch durch, Moin. Ich werde mir helfen. Ja, ja, ja. Das ist gut. Ich sehe eine Foto. Es ist also, dass du und ich bin. Ich habe alles gekocht für dich. Ja, ich habe alles gekocht. Komm, 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 komm. Bro. Ja. Ich habe das gemacht. Ja, ich werde und ich mich steig. Ich werde es auf der Dimension hören. Ja, ich werde es auf passieren. Ich werde es auf dem Platz kommen. Also eine Frau mir einsetzen. Das ist für dich? Das ist ja gut. Er macht auch viel für mich. Das Baby. Ja, Abou. Ja, Abou. Ja, Abou. Ja, Abou. Was ist hier? Eva... Die Baby daalt. Die Druck auf mein Ding auf mein Platz. Oh. Und ich habe auch anbeien. Nicht mehr ruhig, nicht mehr ruhig. Wie geht's mit dir? Gut. Ben je morgen frei? Morgen, wie lang? Ich muss negen uur so bei der Geschenokoloog. Beinig, negen uur, negen uur. Ich habe eigentlich eine Gespräche, negen uur. Oh, ich sage es. Echt? Ja, ich bin halb acht hier. Hier ist doch halb acht. Ich bin halb acht. Ich bin halb acht nach negen uur. Ja, aber ich kann nicht schnell, schnell. Ich muss doch baden. Und so. Aber ich bin doch glücklich, dass du frei geht. Ich bin echt lief, Mann. Ja, immer. 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 Aber noch etwas, vor dem Pachali kommt. Help mich noch mit etwas. Was? Ding, oh. Ruh. Mein Mund ist großartig. Ich kann nicht behinder sehen. Schere für mich noch. Schere? Ja, in der Kamer. Ich komme absolut viel Steil. Ah ja, ja, ich kann helfen. weil ich ein Tipp一點 Ich hel 요� but. Ich kann helfen. Ich kann bien. Echt gut, vielleicht? Korte mir куда detIO Ich muss nicht mehr so lange weg bleiben für drei Tage kommen in Jana. Ja, man. Ich mein, gesp addresses Afford. Oh? Hey! Wie? Die Baby Dutsu. Die Baby Dutsu. Ah, genau. Ah, ich habe dich an. Ich dachte, ich habe dich an. Ich denke mit dir das. Jetzt können sie dir das mal nicht ab. Hier auf du mal, abs noch mal. Alles klar? Alles klar? Oh, ich kann dir das gar nicht ab. Ja, ich habe es nicht so in Englisch. Ich will, ich will nachher kommen. Ich will, ich will nachher kommen. Ich weiß es nicht, Herr Pachali, ich weiß es nicht, dass ich mich vergeben kann. Ich habe mich so viel pain gemacht. Lüge? Lüge? Kann ich nicht verstehen? Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Ich bin frei. Ja, ich bin frei. Das Kone paying! Ist das genau nicht einfach, wenn Österreich HER Wifi hat. Take a look. Nein, ich habe es nicht diese Wifi hat. Die clock ist inside. Hi modules. Ich sehe die Zeit immer wieder. Die Zeit immer wieder zu spazies Nein, Christ. Die Zeit ist fast zu 하ce. Geben, es gibt Already dann auch ready? Nein. Die Zeit nicht. Wir haben die Wifi gebitud. Alle, die im Weg nach unten auf die Karte ist. Und das wird irgendwas bl plastik. Die kann hier nennen? Was es? Wenn ich zusammen mache. Er wird nur noch einiges. Jetzt lief es nur ein paar Wifi. Nein, das wird noch nicht verlassen. Nein, wir wollen die ganz einfachen. Oh, Chris! Kommt, komm. Kommt. Kommt, gifch mir, gifch mir. Wante a battery or fock up? Ey, swap ich hier, le devient eine Bitectse. Komm, 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 komm. Ey, komm. Mhm, mmh. They are stuck. Ey, 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 Mars, Mars! Check! Chech! 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 Blecky Mars, Blecky Mars! Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Oh, sorry, sorry. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ach, ich habe Angst, ich habe Angst. Eva war Angst, muss ich sagen, sieh. Ich habe Angst, mir lebt, dass wir alle�� kijken! Sieh ich das keine Angst Yayzina, was ich dich nicht auf cardi, torso. Sieh es unbedingt. Machen Sie so sü?", Das ist nicht so süß. Meine Ere, die cards sind nicht einfach. Ja, Pachali. Boom? Boom, Pachali. Thank you. Herr, dass die Verte für die Verteidigung der Privacy? In mir doch! Ich kenne mich darauf an, Pachali. Dass die Verteidigung auf die Verteidigung der Verteidigung der Verteidigung, Sarah Eva Wir gehen weiter. Hallo Sarah. Hallo. Wie geht es? Gut. Ich sehe auch, dass alles gut geht mit Baby. Ich bin sehr glücklich. Okay. Lass mich gleich mit der Tür in den Haus fallen, Sarah. Ich habe eine sehr große Fehler gemacht. Ich kann es nicht mehr leben. Seit der Tag, dass ich meine Schwangerschaftstest habe, habe ich die Tag falsch gemacht. Ich konnte nicht sagen, was ich gesagt habe. Das macht mich sehr viel Schmerz. Auch als du vor meine Tür kamst mit deinem Vater mit deinem Vater, und ich habe dein Gesicht für dein Vater geblieben, das war nicht die Bedeutung. Es tut mir, Sarah. Es tut mir sehr viel Schmerz. Ich suche so lange nach dir. Ich bin so glücklich, dass ich Roh habe gefunden. Er hat mir auch alles erzählt. Ich bin echt dankbar dafür. Sarah, es macht mir nicht aus, als du Christen bist und ich Moslem bist. Aber ich will da sein für dich. Ich will da sein für uns Kindes. Ich will das nicht zomaar vorbei lassen. Und das macht mich wirklich Schmerz. Das macht mich wirklich Schmerz. Und ich bin jetzt hier. Ich frage dich für dich, Sarah. Ich bin sorry. Aber auch wenn du mich nicht vergisst, lass mich doch da sein für ihn oder sie. Das macht mich nicht aus. Aber ich bin wirklich Schmerz. Okay. 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 Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, dass ich es gut mache und mein Kindes groeit. Das hat natürlich, mit der Kraft des Herrn. Und natürlich mit der Hilfe von Roh und Bajali. Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, dass du das Kind warst, dass du das Kind wollte vermoorden. Chris. Chris. Ich musste da sein, um die erste Bewegungen von diesem Kind zu fühlen. Chris. Nicht Roh. Ich musste mit mir mit mir nach der Ginecologe. Nach der Echo. Mit mir baby kleur zu suchen. Und schwangerschap jurken. Aber ich war es nicht für mich. Weet ihr wie viel Zeit und moeite es hat gekost, Chris, für mich? Um wieder so stabil zu sein. Das ist nicht möglich, Chris. Chris, ich weiß nicht, was mein Beschluss wird sein, von Abend, oder nun, auf dieser Moment. Aber ich habe eine Sache. Ich mache das nicht mehr mit einer Frau. Ich weiß nicht, was sie alle muss durchstehen, um ihr Kind negen maanden zu tragen, Chris. Ich mache das nicht. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, ich habe einen Appleti gelernt. Ich habe einen Appleti gelernt, aber ich habe einen Appleti gelernt. Es hat mich auch geraten. Inderdaad, Sarah ist mein Diamant. Sarah ist mein Alles. Sarah ist mein Welt. Das ist nicht was sie auf Social Media platzen. Mein Mann ist mein Welt. Die ist vervangbar, aber es ist mein Sarah nicht. Das mag ich stoer tun, oder eine dumme Trots haben. Aber ich mis Sarah immer mehr und mehr. Das Haus ist so leid zonder Sarah. Das ist vervangbar. Das ist mein Gott. Aber alle Schrappen an einen Kanten. Die haben wir 18 Jahre und wir haben einen Schatz gesehen. Das lichaam von Jesus. Das lichaam von Jesus. Jesus, was ein lichaam. Vater, lass mich nicht in Verleidingen gehen. Sinn von ja, Sinn allein. Ich wusste, dass Broccoli mein Hot-Item sein soll sein. Das nicht so. Aber für alle Broccoli-Messeri. Aber sie hat alle Broccoli-Messeri. Das sind die Covid-Regeln oder so. Das werden sie mir wegsturen. Chris. Was ist sie? Kommt zurück. Kommt zurück, Gopé. 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 Und wenn du es holst, das ist mein 2, dann will ich zurückgehen. Heza! Oh mein Gott! Ich bin so excited! Heute ist ein sehr schönes Tag. Weet ihr wie lange ich auf diese Tag erwartet habe? Nichts und niemand kann meinen Tag verbessern. Die hat mich über Gender-Feel. Vor allem bin ich immer schwanger. Ich probiere verschiedene Ständen. Das stimmt. Aber ich bin stolz auf Sarah. Und die Entfernung hat sie nicht gegeben. Und ich bin froh, dass Chris eindlich seine Verantwortung kennt als Zukunftige Vater. Ich hab mal viel Zeit mitgegelt. Ich hab die Sprache auf diese Sonne nach. Ich hab die Sprache für eine Sprache nicht gesagt. Ich hab das gerne. Unde ich hab das aus. Ich hab das aus. Ich hab das eingelang. Ja, da nach Greln. Sobunda? 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 Atrawang? 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 Oh, Pachali! Erichel Alasanikbah? No, Pachekong. Boy Restore. Luku jami chanwang kado. Sani, nawang wasmasin? No, sumar. Oh, ja, ik bener. Alasanikbah? Ready? We can go to King? I can go to King. Okay. Pachali Arki. You must bar? Surprise! Sang? Surprise! Surprise! Come here. Ik ben zo zenuwachtig. Wat? Nee nee, er is niks, er is niks. Ik ben zo zenuwachtig. Ik ben zo zenuwachtig. Ik ben zo zenuwachtig. Ik ben zo zenuwachtig. Sommers van Ruijgen van Junkerville. Kom een beetje dichterbij. Kom een beetje dichterbij. Bij een beetje dichterbij. Ja. We zijn er nog niet zo lang. Ja. You ready? Oké. Wacht. En... Surprise! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich bin auch hier! Danke! Oh mein Gott! Ich bin so excited! Hast du ein Kadeautje gebracht? Ja, ist da! Patsali, du hast auch geholfen. Ja, mit Taya T. Oh, ich muss es tracken. Ja, tracken. Jullie werden es zusammen. Oh, tracken. Are you guys ready? I am ready. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ich bin so excited! Hallo zusammen? Ja. Und... 3... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yes, Team Boy! Yes, Team Boy! Ja, ich bin Boy! Ja, du? Ja. Menamut Feodor Gantung. The Boy! Ready? Und was will Ja? Beide! Ja? 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 Gloin? Ja? 3, 2, 1, GO! Es ist gut! 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 Die Leute! Ich bin nur einig. Sarah! Sarah! Ey, Fikirat! Oh my... Sarah, Sarah. Sarah, Sarah. Gotti, ja, Watra. Watra. Hey, okay. Oh, Kadhin Adam. Bacali. Eva, Eva, Eva. Sayung? Sarah. Leer, Leer, Arkemi, Dissi, Anno, Omdat, Amus, Befalle, Leer, Dissi, Nawon, Trasani, Leer, Leer, Hebo, Yuli, Rissi, Kamak, Yuna, Nga, Sarah, Rissi, Yuna, Musli, Fumuli, Bacali, Arkemi, M'n aupsara, M'n auawak, imi, Chi, Anno, Sanne, Ko, Buntesu, Uru, Bacali, Esmini, Ma, Bucre, Iba, Tak, Is 0,1,1,2,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,2,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,2,1,3,1,3,1,4,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,1,3,1,3,1,2,1,3,1,3,1,3,1,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1, mit anderen Menschen. Doro sei som auf Minasabi soma. Pachali. Du be-Motor dat relats. Toh? Um mit nematab strati. Am ihm man of a British restreffi fuhschiudo Pachali afluxa afluckudu. Now boo hebi afluckudu Pachali. Wie? Sir. Dat in Englisch. Dat in Atakrumofo. Ich habe keinen Fall. Aber ich habe einen Mann. Ich habe einen Mann. Ich habe einen Mann. Ich habe einen Mann. Nein, nein! Ich habe einen Mann. Ich habe einen Mann. Ich habe einen Mann. Ich habe einen Mann. Danke, Mann. Hey, ist das ein Mann? Wie geht es? Ich kann meinen Vater nicht mehr. Ich gehe mal. Ich gehe für mich besser. Ok. Ich kann meinen Vater nicht mehr aus Leben aus. Ich frage mich. Oh, ich würde meinen, mein Vater nicht mehr vor. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Ich frage mich, was? Ich frage mich, was? Ich weiß, ich weiß, dass ich von dieser Sprache habe. Es geht auf, Chris ist und bleibt mein Zoon. Und du bist mein Schoondochter. Vergeef mich für alles, was ich gesagt habe. Vergeef mich, ich trete alle meine Worte zurück. Und ich habe es nicht so gesagt, ich habe es nicht gesagt, um das zu lassen, Sarah. Sarah, ich belofe Ihnen, ich belofe Ihnen, dass es nicht mehr wird, dass ich für immer von Ihnen sage, dass es nicht mehr Worte zurückgegeben hat. Vergeef mich, und diese Worte, was ich auch mache, dass es nicht mehr Worte zurückgegeben hat. Was meine Lieferlinge, was ich zu Ihnen? Chris, vergeben mich. Bacali, warte. Sarah, 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 wie es ist, Sarah? Vergeef mich für alle, Sarah. Vergeef mich für alle, Sarah. Papa, bitte für mein Papa. Amen. Sarah, nochmals, het spijt me. En ik beloof je, Sarah, dat ik je dit nooit meer zal aandoen, Sarah. Ik heb je gemist, Sarah. Jaaah! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501